. . Jetzt nehmen wir das raus. Schmeiß mal einen Watz. Nicht ganz. Muss es im Watz bleiben? Nein. Du hast wahrscheinlich sonst einen Einfachsatz. Ja, genau. Das stinkt noch dazu. Hast du eine Lumpel? Hast du schon der Arzt gesehen? Ja, das ist ja so. Wo hast du eine Lumpel? Aufrägt. Jetzt kommt Peter, dann komme ich. Wollen wir zusammen? Kommt vielleicht ein Mentor in der Luft? Ist das gut? Marco. Marco. Kannst du dir abstehen? Wie sehen? Auf jeden Fall. Ja. Du hast es gesehen. Sie geht ab. Ja. 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 Ja, ich bin auch ganz, es ist jetzt mal gut. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020